Es gibt Gerüchte über Unruhen in den Rängen der Automaten. Heute treffen sich der Dojo und die Zähne, um einen Handlungsplan zu beschließen. Falsches Erbe. Ein venezianischer Herführer hat mehrere Künstler entführt und zwingt sie ihn als Kriegsheld abzubilden. Lasst nicht zu, dass er die Geschichte derart verzerrt, tötet ihn. Nachher werde ich die Künstler kontaktieren. Sie sollen die Kruft meiner Familie verzieren. Okay. Wieder auf hinten und töten. Jetzt waren wir doch so nah an unseren schönen Schatz und jetzt müssen wir hier hinter. Aber das ist gut, dass wir jetzt dahinter machen, weil da können wir dann auch gleich als nächstes wahrscheinlich... Oh Gott, nein! Die Hauptmission spielen. Aber gut, wir haben es noch überlebt. Ich würde jetzt mal kurz mal ein bisschen mich heilen. Irgendwie habe ich es so mit den Stürzen. Danke, danke. Ich wünsche dir das auch. Mögen die Cortisanen auch immer bei mir sein, wenn ich die 150 Florin sprüge. Vor mir hinschmeiße. So, ich glaube, wir sind richtig. Die schauen mich so blöd an. Hier sind echt viele Wachen. Obwohl, ich glaube, hier waren welche... Ah, die können wir verwenden. Aber die da hinten, die können wir auf jeden Fall ablenken lassen. Können wir nämlich den Dicken da hinten platt machen. Der ist jetzt auch ganz verzückt von den Cortisanen. Das ist ja auch witzig. Äh, wie kann man denn den jetzt kalt machen? Geht ja nur mit ins Wespen-Nest stechen hier. Verdammt. Sollten wir den kalt machen? Ja. Ich komme gar nicht ran. Ich komme gar nicht ran. Jetzt. Jetzt. Jetzt haben wir ihn. Oh, das war aus Versehen noch ein zweiter. Aber na gut, wir haben ein falsches Erbe. Geschafft. Ich stehe mich vor THEY pediatrician. Ich stehe mich zu halten. No, ich stehe die ZD-Nesten.